Guten Morgen. Moin Moin Jungs aus Hamburg. Wir machen jetzt die erste Liga. Ganz kurz und bündig. Ich mache Peter die erste Liga ohne Ansage, ohne irgendwas. BVB morgen Abend wunderbar um 20.30 Uhr gegen Frankfurt. Hochinteressantes Spiel. Holst nicht dabei. Der Brandt nicht dabei. Und Frankfurt in der Bestbesetzung. Das wird ganz schwer. Wenn es schwer ist, wie für BVB. Ich tippe doch mal ein 2-2 ein. Ja gut, dann haben wir Augsburg gegen Freiburg. Wir sind beide auf Augenhöhe. Augsburg gewinnt ja nicht viel. Und Österreich war auswärts auch nicht so gut. Aber wir haben jetzt gewonnen zu Hause mit dem 1-0. Also ich tippe da auch mal ein. Ich tippe doch mal ein 1-1 ein. Tut mir leid, dass ich das machen muss für Christian. Aber mehr ist noch nicht drin. Ja gut, Paderborn und Herder. Ja, Herder ist natürlich der Witzklub jetzt. Klinsmann hat gekündigt. Oder was weiß ich da. Oder sie haben ihn entlassen. Ihr müsst mal die Videos gucken. Dann wisst ihr, wie ich zu Klinsmann stehe. Ich meine, Herder hat jetzt nicht die Chance, dass sie noch drin gebleiben mit der Liga und mit den anderen Türken. Aber das wird auch noch schwer. So ist Paderborn gewinnt das gegen Herder BSC. Paderborn ist wieder vorne. Die Baumgart gönne ich das auch. Tut mir leid. Gewinnen sie 1-0. Oder ja, 1-0 nehmen wir gern. Und dann haben wir Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach. So ein kleines Derby. Düsseldorf, Gladbach ist noch nicht weit auseinander. Gladbach endlich gespielt gegen Köln. Davon natürlich sind nicht im Rhythmus. Zauberge. Also ich sag, das gewinnt 2-1. Düsseldorf. Hat sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Auch im Pokal. Ja gut, dann haben wir natürlich Mainz so für gegen Schlagge. Ja, Schlagge bin ich ja immer der Meinung. Die haben eine gute Truppe. Mainz war auch nicht schlecht. Die riecht ja unterschiedlich. Aber ich gönne auch Schlagge mal. Das gewinnt Schlagge 2-1. Dann haben wir Sonntag noch Bayern gegen... Ne, dann haben wir noch morgen. Leipzig. Ne, morgen. Ne, Leipzig haben wir Sonnabend auch gegen Werder. Hochinteressant. Wenn Werder doch verliert, dann können sie an Kuhfeld auch nicht mehr festhalten. Das geht gar nicht. Das kann gar nicht gehen. Und Leipzig ist für mich ganz, ganz klarer Favorit. Wenn Werder da nicht auffasst mit einer schwachen Hintermannschaft. Ich habe ja gesagt, der Top-Bereich ist viel zu langsam für die Bundesliga. Ja, gut. Und dann noch was für unseren anderen. Wir haben jetzt auch Finn Badels. Der könnte den HSV in Aufsicht nicht. Und das hat für mich natürlich eine Ausschlaggegen gewesen, dass sich den Mann nicht macht. Tut mir leid. Finn ist lieber netter vielleicht in Bremen. Aber in Hamburg ist er nicht erwünscht. Das gewinnt Leipzig. Ich würde sagen 3-1. Dann haben wir Hoffenheim gegen Hoppelheim gegen VW. Also die beiden Truppen mache ich auch nicht. Ich wisse ja auch. VW, das ist für mich immer noch mit Schieben verbunden. Schieben und bitter betroge in meinen Augen, was das Werk da macht. So, und zu zu Hoppelheim. Ja, die haben eine gute Truppe zusammen. Der Holländer macht doch bitte was Heimrecht. Das gewinnt Hoffenheim 2-0. Dann haben wir Union Berlin. Union Berlin ist für mich die Mannschaft der Stunde gewesen. Also die 2-0 dabei drehen im Gewinn. Das ist schon was. Und haben auch gut das Spiel nebenbei. Da war ja kein Glück. Ja gut, und Leverkusen. Ja, Leverkusen ist auch gut. Aber in Berlin gewinnt Leverkusen. Ich glaube nicht. Da finden 0-0. Na, wir waren da 0-0. Aber das sind nur meine Terps, Jungs. Ja, haben wir Köln gegen Bayern. Ja, das hört sich ja so leicht an. Die Kölner, die posaugen ja schon wieder rum. Sie haben da ein Mittel und Gitzel auch. Wir machen das. Wir schieben den Post vom Tor. Da können Sie schieben, was Sie wollen. Das geht für Bayern München. Nicht so ganz klar, glaube ich. Ich würde sagen 2-0. Ein gutes Pferd springen. So hoch wie es muss. So sehe ich das. So haben wir jetzt alle zusammen. Ja, ich glaube schon. Oder ja, haben wir alle. Ne, Schlage haben wir auch. So Jungs davon, meine Terps. Und dann ordentlich weiterzupen. Peter liegt doch jetzt im Moment gut drin. Alles klar. Ich habe schon wieder gewonnen. So, das wünsche ich euch was. Ein schönes Wochenende. Und dann nur eins. Prost Neujahr. Moin Moin aus Hamburg. Tschüssi.